Hallo, wir sind es wieder von Genou, Ute und Nicole. Wir nähen heute die Tasche Brighton. Die Tasche Brighton ist eine Handtasche für den Sommer. Du siehst vielleicht schon von der Stoffauswahl her, wir haben sie passend zur Bluse Bridget genäht. Du findest das Schnittmuster für die Brighton in der Videobeschreibung. Ja, vielleicht sagst du uns noch kurz, was die Tasche Brighton hat. Das ist eine Umhänge-Tasche. Die Halterung für den Ring habe ich hier gleich mit angeschnitten. Vorne hat sie eine Paskeltasche, innen hat sie eine Reißverschlusstasche und eine einfache Tasche zum reinstecken. Ihr habt noch die Möglichkeit, oben, damit sie ein bisschen verschlossen ist, noch einen Magnetknopf anzubringen. Ich habe jetzt den Magnetknopf noch hier angenäht. Und ich finde, das ist eine tolle Größe, reicht gerade so für einen Gelbeutel und noch ein paar Kleinigkeiten. Eigentlich ein super Bekleider für den Sommer. Als Material benutze ich für außen ein Kunstleder. Und für innen habe ich, damit es zur Bluse Bridget passt, Stoffreste der Bluse Bridget benutzt. Du siehst hier, ich musste den Stoff anstückeln. Wundere dich also nicht, wenn du diese Extranähte im Futterstoff siehst. Die müssten da nicht unbedingt sein. Ich habe jetzt die Teile schon zugeschnitten und habe auch die Abnäher vom Boden schon auf den Stoff übertragen. Und das habe ich bei allen vier Teilen gemacht. Ich beginne mit der Paspeltasche. Dafür habe ich die Eckpunkte für die Paspeltasche bereits auf das Schnittteil übertragen. Den Paspelstreifen verstärke ich mit Flieseline. Jetzt lege ich den Paspelstreifen rechts auf rechts auf das Außenteil. Hier beachte ich darauf, dass die Markierungen übereinstimmen. Ich kann das Leder nicht gut stecken, da sonst Löcher im Material entstehen. Deswegen fixiere ich alles mit etwas Tesafilm. Jetzt nähe ich den Paspelstreifen auf, indem ich einfach dieses Rechteck hier außen herum nähe. Ich nähe die Tasche Brighton mit einer 80er Universalnadel. Wenn dir unser Nähmaschinen-Nadelplattplatz hier gefällt, findest du das Nähset bei uns auf der Webseite und den Link in der Videobeschreibung. Außer einer Nadel benutze ich noch einen Teflonfuß, da sich das Kunstleder damit einfach besser nähen lässt. Jetzt schneide ich diese Linien hier auf und dann noch die kleinen Schnitte bis zu den Ecken. Ich schneide diese gerade Linie mit dem Rollschneider und die Linien in die Ecken dann mit der Stoffschere. Den Streifen wende ich jetzt noch nach innen und ziehe ihn so weit zurück, dass die Hälfte der Tasche auf beiden Seiten abgedeckt ist. Dann bekomme ich hier diesen wunderschönen Look, dass man diesen tollen Blümchenstoff auch noch von außen an der Tasche sieht. Ich habe jetzt alles schön angesteckt. Ich nähe mit einer etwas größeren Stichlänge. Das mache ich immer gern bei sichtbaren Nähten. Hier nähe ich die Stichlänge 3. Ich nähe genau, in diesem Fall, einmal rundherum. Du siehst, ich habe den Teflonfuß schon eingesetzt. Der gleitet einfach viel besser über das Kunstleder. Auch bei Wachstuch oder laminierter Baumwolle kann ich das nur empfehlen. Schau dir mal unser Video an, 6 Nähfüße, die du wirklich brauchst. Du kannst es dir vielleicht schon denken, aber der Teflonfuß ist auch dabei. Jetzt habe ich noch einen Taschenbeutel zugeschnitten. Wegen akuter Knappheit an Blümchenstoff muss ich auch hier wieder anstöckeln und habe noch so einen schönen weißen Futterstoff mit Paisley-Muster einfach angenäht. Jetzt werde ich den Taschenbeutel so anlegen, dass der Stoff ohne Blümchenmuster rechts auf rechts an der unteren Kante angenäht wird. Ich nähe hier. So ist am Ende das weiße Futter gar nicht zu sehen. Nachdem ich es jetzt angenäht habe, nähe ich diese untere Kante mit den Blümchen und lege sie rechts auf rechts an die obere Kante an. Dann nähe ich sie hier fest. Sie ist jetzt oben und unten angenäht. Jetzt schließe ich noch die Seite und nehme dieses Seitenteil von der Pastel mit. Ich nähe es also hier an. Ich nähe solche Sachen ja gerne mit der Overlock, aber du brauchst für so ein Projekt sicher keine Overlock. Du kannst die ganzen Nähte auch mit dem Geradstich an der Haushaltsnähmaschine nähen und alle Nähte mit einem Zickzackstich versäubern. Die Overlock hat einfach den Vorteil, dass sie beides gleichzeitig macht. Jetzt ist der Taschenbeutel an allen vier Seiten geschlossen und sieht von vorne richtig hübsch aus. Jetzt geht es mit den Abnähern weiter. Ich habe hier kleine Knipse gemacht, die lege ich jetzt aufeinander, klammere sie fest und kann jetzt hier den Abnäher nähen. Das mache ich an beiden Ecken des Außenteils und beim anderen Außenteil genauso. Wenn ich am Außenteil alle vier Abnäher genäht habe, dann mache ich das auch beim Futterstoff. Man sieht es nicht so gut, aber das sieht beim Futterstoff dann so aus. Das mache ich auch an beiden Futterstoffteilen. Bei der inneren Paspeltasche habe ich auch einen verstärkten Streifen aufgenäht. Jetzt schneide ich es auf die gleiche Art und Weise auf. Ich habe den Streifen nach innen gezogen und ausgebügelt und im Gegensatz zur äußeren Paspeltasche mache ich hier einen Reißverschluss rein. Das heißt, ich ziehe den Versäubungsstreifen diesmal nicht wieder ein Stück in die Öffnung rein. Ich lege den Reißverschluss einfach dahinter und nähe ihn rundherum an. Wenn du unser Video mit den neuen Todsünden beim Nähen gesehen hast, weißt du, wie wichtig es ist, dass man den Nähfuß wechselt, wenn man einen Reißverschluss näht. Deswegen habe ich hier schon mal den Reißverschlussfuß reingemacht, bevor ich den Reißverschluss in die Paspeltasche einnähe. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man alles gut angesteckt hat. Einfach einmal rundherum nähen. Wenn du dich auch noch für die anderen Achtnähsünden interessierst, dann schau mal in den Link in der Videobeschreibung. Dort habe ich dir das Video verlinkt. Anstelle der Paspeltaschen kannst du auch eine einfache Tasche nähen. Wir haben schon vor langer Zeit ein Video gemacht, wie du Innentaschen für alle möglichen Taschen nähen kannst. Auch das verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Aber probiere einfach mal aus, so eine Paspeltasche mit Reißverschluss zu nähen. Es ist nämlich gar nicht so schwer, wie man vielleicht denkt. Und wie so oft bei einer neuen Nähtechnik ist es so, wenn du sie einmal drauf hast, kannst du sie ja immer wieder in allen möglichen Nähprojekten verwenden. Jetzt ist der Reißverschluss eingenäht und auf die gleiche Art und Weise wie beim Außenteil nähe ich jetzt den Taschenbeutel hier an. Ich habe den Taschenbeutel wieder aus einem anderen Stoff genäht, weil ich einfach nicht mehr genug von dem Blümchenmuster hatte. Auf der anderen Seite setze ich eine einfache Tasche auf. Die habe ich zweimal zugeschnitten. Wenn ich genug Stoff gehabt hätte, hätte ich im Stoffbruch zugeschnitten und der Stoffbruch wäre dann hier oben. Ich nähe sie bis auf die Wendeöffnung zusammen. Die liegt immer unten. Dann wende ich sie und vor dem Wenden bügle ich schon die Nahtzugabe um, damit ich sie, wenn ich die Tasche aufnähe, hier außen herum die Wendeöffnung schon schließen kann. Die Tasche kann ich jetzt unterteilen, wie es mir gefällt. Ich werde sie einmal in der Mitte unterteilen. Aber du kannst natürlich auch mehr Unterteilungen machen oder auch gar keine. Ich habe die Tasche jetzt aufgenäht und unterteilt. Jetzt nähe ich die beiden Futterteile zusammen. Dafür lege ich sie rechts auf rechts aufeinander. Die Abnäher klappe ich einmal nach unten und einmal zur Seite und lege sie schön übereinander. Beim Futter achte ich darauf, dass ich unten eine schön große Wendeöffnung offen lasse. Ich nähe jetzt an der Außenkante einmal rundherum. Lasse aber unten noch die große Wendeöffnung offen. Wenn ich das Futter auf diese Weise zusammengenäht habe und die Wendeöffnung hier oben noch offen ist, geht es mit dem Außenstoff weiter. Das Außenteil wird auf die gleiche Art und Weise zusammengenäht. Auch hier achte ich darauf, dass die Abnäher unten einmal in die eine und einmal in die andere Richtung geklappt sind. Ich kann die Naht hier an der Seite ja nicht ausbügeln. Deshalb möchte ich die Naht gegensteppen. Dafür lege ich die Nahtzugaben so zur Seite und nähe sie rechts und links von der eigentlichen Naht an. Ich steppe jetzt die Seitennähte zur Seite. Das mache ich von innen, damit ich die Nahtzugaben auch schön zur Seite legen kann. Ich habe die Naht bis zur Ecke abgesteppt. Am Boden komme ich mit der Nähmaschine nicht hin. Ich finde, es gibt einen sehr edlen Look, wenn man das Leder noch absteppt. Es wirkt sehr professionell. Wenn ich die Seitennaht auf beiden Seiten abgesteppt habe, drehe ich das Futter auf links, die äußere Tasche auf rechts und stecke die äußere Tasche an das Futter. Jetzt nähe ich es rundherum hier oben an der oberen Kante zusammen. Ich habe es jetzt angenäht. Hier habe ich mir den Abstand von der Mitte so eingezeichnet, dass der 4 cm Ring genau reinpasst. Aber auch das Schnittmuster ist darauf ausgelegt, dass es später nicht ein paar Millimeter zu breit ist für so einen Ring. Die Ecken werden jetzt zurück und die Rundungen v-förmig eingeschnitten. V-förmig deshalb, damit sich das Ganze beim Wenden schön legt. Jetzt wende ich die Tasche durch die Wendeöffnung. Die angenähten Halter für die Ringe muss ich schön ausarbeiten. Nach dem Wenden arbeite ich die Kante schön aus und klammere sie fest, damit ich nochmal oben herum absteppen kann. Dafür nehme ich die etwas größere Stichlänge 4. Ich stecke jetzt hier einen Ring rein und kann den dann hier festnähen. Ich habe jetzt 2 cm umgeschlagen und steppe es hier nochmal ab. Aber ob du es um 2 oder 3 cm umschlägst, ist egal. Wichtig ist nur, dass es auf beiden Seiten gleich ist. So sieht der Vierkantring jetzt angenäht aus. Jetzt arbeite ich das Gurtband vor. Wenn ich das Gurtband, wie im Schnittmuster angegeben, zugeschnitten habe, zeichne ich hier die Mitte ein. Dann klappe ich die Ränder Stoß auf Stoß zur Mitte hin und steppe sie auf jeder Seite ab. Ich habe das Gurtband jetzt 4x abgesteppt. Jeweils hier außen und dann noch in der Mitte, damit es richtig schön flach liegt. Hier haben wir jetzt die Nähte an den Kanten und eben nochmal außen. Ich habe im Schnittmuster die Länge für den Gurt angegeben. Ich würde dir aber empfehlen, dass du ihn nochmal abmisst. Die Länge, die ich angegeben habe, ist für eine Tasche, die Crossbody getragen wird. Wenn du sie nur über einer Schulter tragen willst, kannst du den Gurt ja noch etwas kürzer machen. Einfach mal anstecken, Tasche umhängen, dann siehst du relativ schnell, ob du den Gurt länger oder kürzer haben willst. Ich nähe den Gurt jetzt mit einem Überstand von 5 cm an. Wenn ich die Gurte angenäht habe, dann bringe ich noch den Magnetknupf an. Ich habe ihn jetzt vorne so angenäht, dass er genau in der Kante ist, von der Paspeltasche. Hinten konnte ich das nicht so einfach verstecken, deswegen habe ich noch so ein kleines Patch aufgebracht aus dem Innenstoff. Ihr könntet auch ein kleines Label anbringen, vielleicht ein Herz aus Snap-App oder irgendwas in der Art. Wir fangen das mit diesem Patch aus diesem Stoff jetzt ja passend, weil ich vorhabe, die Handtasche eben zu der Bluse zu tragen und dann passt das gut. Alle Links zum Projekt findest du in der Videobeschreibung, ebenso alle Links zu Videos, die wir jetzt während dem Video erwähnt haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!